Willkommen zurück zu Warhammer 40k Space Marine. Wir haben am letzten Mal diese Kanone vernichtet und dürfen jetzt erst mal hier weitergehen wahrscheinlich. Jo, hier. Bitte. Okay, dann erreichen wir mal die Titanen Manufakturumsgedöns. Das wird bestimmt super, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. So, da unten scheint mir schon wieder jede Menge von den Orcs zu sein, von den grünen Orten. Einer schon mal weg. Weglaufen! Ich finde es schön, dass die sagen, was sie tun. Abballern! Space Marine! Weglaufen! Ich meine ja nur, ne? Damit auch alle mitkriegen, was sie eigentlich tun. Wir sehen es ja nicht. Gerade, wenn sie halt irgendwie auf uns gehen oder sowas. Wir sehen es nicht. So, was geht jetzt hier ab? Ist doch bestimmt eine Falle. Da geht schon mal die Tür zu. Schon mal ein schlechtes Zeichen. Okay, noch jemand hier? Oder sollen wir jetzt tatsächlich zu der Tür da hinten hin und voll in die Falle rein tappen? Oder? Du weißt ja auch nicht. Ist doch eine Falle. Komm, lass mir die Falle mal zuschnappen. Hi! Keiner da. Keiner da. Es ist mir zu ruhig. Viel zu ruhig. Inhalte werden gespeichert. Okay. Und diese Brücke ist ein Zeugnis für die Macht des Imperiums. Der Adeptus Mechanicus hat meisterhafte Architekten. Ihre Arbeit hat sie alle überlegt. Okay. So, hier haben wir ein paar Granaten. Granaten sind immer gut. In dem Spiel hier zumindest. Ich bin ja nicht immer ein Fan von Granaten. Kommt immer auf das Spiel drauf an. Aber hier in dem Spiel machen sie dann tatsächlich einen guten Job. So. Kein Zug? Tschu tschu tschu. Der Leutnant hat nicht gesagt, dass die Schienen zum Komplex führen, in dem die Titanen sind? Dieses Ding ist ein Rambock. Steigen sie auf den Rambock? Okay. Ich war's nicht. Ich war's schon wieder nicht. Ich hab die beim Rangeln gestört. Tut mir fast ein bisschen leid. Kann ich erst irgendwie zu uns kommen lassen hier. Ich kann gut daneben schießen. Wollte ich ja nur mal sagen. So. Jaja. Jaja, ist doch gut. Echt? Wirklich? Ich hab's gar nicht auf uns zukommen lassen zu sehen. So. Dann mal auf, auf und nach da hinten hin. Ich glaub ich schoss, ich glaub ich schoss. Oh, Explosionsviech. Ja, ist noch so Explosionsviech. Nachladen, nein. Nicht immer dann, wenn ich nicht nachladen will, ey. Hier, hab ich auch Granate. Spielt mal damit. Alter. Der macht mir irgendein zu viel Schaden. Keiner hinten. Du darfst gehen, wo du wohnst. So. Okay. Gerade nach. Okay. Ja, wollte ich nochmal auf ihn schießen. Das war ein Fehler. Ja. Ups. So, warte mal hier. Munition. Und... Gang mit nichts. Doch, da ist ein Audio... Audio... Servo. Mal hergedrückt halten für Dingens, ne? Audio-Log-Medizin-Log-Zeichen. Hat eine tiefe Wunde im Arm. Zeichen von Blutvergiftung. Das ist von einem Org-Spalter. Wir können nichts dran machen. Machen Sie es ihm bequem und weiter. Haben Sie solche Wunden schon mal gesehen? Leider ja, bei meiner ersten Org-Invasion. Ich hoffte, es wäre meine letzte gewesen. Und doch bin ich wieder hier. Na gut. Wer ist der Nächste? Okay, da das jetzt schon das zweite vom fünfte Mediziner-Log ist aus Kapitel 4... Ähm... Zeigt das ja nur... Wir haben ja schon wieder was übersehen. Oder? Ne, das ist das zweite Mediziner-Log insgesamt. Sehe ich das jetzt richtig? Hier zum Beispiel Servo-Schäde 2 und 5 gesperrt, weil wir die nicht gefunden haben. Okay. In Kapitel 5 sind wir halt noch nicht. Kann das sein, dass es so ist? Ich weiß es nicht. Aber es würde jetzt gerade Sinn machen. Heißt aber nichtsdestotrotz, dass wir schon viel übersehen haben. Hey. Hey. Da! Ich kann nicht sehen. So. Schön geheilt. Und weiter im Text. Ordentlich Gegner ist versägt. So. Lade nach. So. Und da hinten hin muss ich. Ist nicht mehr so weit. Aber... Der Weg kann weit sein, wenn die uns hier so blöd kommen. Oh. Da sind doch mal ein paar Fehler. Hier. Mach doch mal das. Oh, das war schon mit den Granaten. Alter. Was denn da hat. So. Okay. Kann ich hier hinzukommen? Ja. Einer hängt aber schön da. Ist doch schön. Sind doch so aufmunternde Geräusche, die diese Viecher machen. Ne? Denkt man auch so. Ja, hier will ich gar nicht sein. Aber was soll's. Solang ich nicht gleich in einen von denen wieder rein renne. Oder die aus Ecke kommen und denken so. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ich hör doch schon wieder einen. Da. Da ist noch einer. Ich find gut, dass es keinen Teamschaden gibt. Weil sonst hätten wir ein paar Probleme mehr. Vielleicht hab ich den anderen gleich mit erwischt. Ich will halt nicht zu sehr rein rennen. Aus dem Grund. Oh shit. Da kommen irgendwie immer und immer wieder welche raus. Ist ja eckehaft. Der Rüstung irgendwo runterspringen, ne? Tut bestimmt gar nicht schweb. Zum Aufprall? Weniger als 6 Minuten. Zeit genug. Okay. Haben wir jetzt tatsächlich ein Zeitlimit? Oder kann ich mich hier immer umschauen? Ist halt so wie es die Frage alle fragen. Es wird mir keinen Zeitlimit angezeigt, aber es muss ja nix heißen. Aktivieren. Mehr aktivieren. Wie ist keiner da? Fahren die hier Führer los oder was? Was ist das? Boah, die freuen sich an mich zu sehen. Habt ihr das gehört? Wieso umgeschrien haben? Mensch. Kann man auch nicht jeder. So. War's schon. Mit dem kleinen Krang. Alter. So. Jetzt den da hinten. Er hat ne Panzer. Der ist ja schön. Alter. Ja. Nein, 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 nein. Nein. Uuuuh. Das hat bestimmt weh getan. Na komm, ich muss den da hinten. Nein. Okay, dann nicht. Alter, ich will ne Heilung. So. Und dann will ich... nachlaufen. Alter. Wir werden hier Schilde regenerieren. Nein, bin ich nicht. Toll. Ich muss da mal gegenhalten. Kleinen Moment. Uuuuh. Und du auch gleich. So. Tritt sich fest. Ne. Spart den. Weiß nicht. Neue Lacküren. Weil. Ist ja jetzt alles. Blut bemalt. Da brauchst du echt schon was deckendes. Zum Beispiel. Eine Deckung. Hahahaha. Lass mir das. Witzig sein kann ich einfach nicht. Wollte doch sagen. Ich hab hier irgendwo was gehört. Ich manchmal auch einfach ne ganz gekonnt daneben treffen kann. Es ist der Wahnsinn. Was die nicht so viel Bereichsschaden machen. Ist ein bisschen schade. Wollte dann kann man die Panzerung nicht durchdrehen. Und dann kann man die Panzerung nicht durchdrehen. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Wow. So. Das ist ja unangenehm hier. Einfach jetzt direkt zum Geschützten. Dann wird das schon vielleicht. Toiis. So. Gehen wir da direkt ran. Mal. Wie war's? Ich kann das rausreißen. Tatsache. Der Wahnsinn. Ok. Also irgendwann ist halt so weit aufgeladen, dass er halt nichts mehr machen kann. Habe ich's getroffen? Ich bin mir nicht sicher. Warte, geh weg. Boah. Effektiv nicht treffen, ne? Alter. Ich will jetzt auch mal ein bisschen Schilde regenerieren, ne? Alter, ich triff's nicht. Das scheiß Projekt hier fliegt zu langsam. Also richtig. Oh shit. Ja. Zu spät gesehen, dass da halt solche Freaks sind. Und der läuft einfach durchgehend gegen meine Leiche. Der hat wohl ganz viel Spaß daran. Na ja. Kannst du nichts machen. Ähm. Dann. Wir waren hier schon richtig. So. Und jetzt treffen wir das Ding vielleicht? Sehr schön. Okay. Ich glaub, so macht das tatsächlich ein bisschen mehr Sinn. Weil sonst können wir das tatsächlich nur aufladen. Und das ist ja nicht so toll. So. Hey. Hallo. Geh da ran. Hallo. Geh da ran. So. Geht dann halt nicht. Unta. So. Leben wär halt schon schön, ne? Weil, irgendwann muss ich mich jetzt um die kümmern. Alter Ja, super Richtig super So, dann halt noch einmal Dann kriegen wir hin Ich muss halt nur beim Schiff da jetzt so ein bisschen Ob man dann nicht gleich hier so viel Schaden kriege Nur weil ich halt dann da stehen bleibe Außer den Dreck Das ist glaube ich so der fatale Fehler Oder halt auch wenn er einfach mal nicht Die Kanonen nehmen will Weg, weg, weg So Und weg, 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 weg So Erstmal fettet Ruf, 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 fettet Ruf. Alter, was auch immer der macht, ne? Es macht so viel Schaden. Besonders halt auf so engen Raum mit zu wenig Legnern. Einfach mal wieder mein Hufeisen hier ein bisschen verwenden, dann klappt das auch mit den Nachbarn. So. Nur das hab ich halt jetzt nicht mehr, wenn was ist. Kacke, geh doch weg! Kommt noch mehr? Es kommt noch mehr. Und nochmal so ein großer... Ja, super, ey. Alter. Was ist denn das für eine Kacke gerade? Wir hatten das auch nicht im Spiel solche Probleme, ne? Aber jetzt. Jetzt ist es vorbei. Jetzt kommen die Probleme. Die können natürlich... Ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Wenn ich dann die Knode mitnehme. Und die halt auf die Dinger da abholze. Okay, ich kann auch so kleine Schüsse machen. Das ging vorhin nicht, als ich das gemacht hatte. Deswegen war ich ein bisschen verwundert. Oh gut. Wenn's geht, warum nicht? Dann kriegen wir das vielleicht jetzt tatsächlich sogar hin. Ich weiß nicht, ob ich das nicht anders war. Das ist quasi ein Problem. Hätte ich das mal vorher gemacht. Beziehungsweise halt beim ersten Mal hat es ja nicht so wirklich funktioniert mit dem... ...so kleine Schüsse abfeuern. Da ging halt nur halten. Das andere ging nicht. Keine Ahnung. Vielleicht war es tatsächlich einfach mal am Backen oder sowas. Seit dem Spiel bisher gegönnt. Wenn's nur das eine Mal ist. Alter, dass er mich manchmal hier durch das Blechchen noch trifft, ne? Durch irgendein Loch oder so. So ein Loch Ness halt. Alter, was hält denn das Ding noch aus? Wo ist es? Da. Ich treff's nicht. Aber da bin ich auf jeden Fall treffsicher, dass ich nicht treffe. Das ist auch eine Form von Skill. So ein großes Ding eher mal verfehlen, weißt du? Alter, jetzt ist es gut. Alter! Scheiß Marine? So, da willst du ja einmal laden einen Schuss draufbolzen auf das Ding. Klappt natürlich nicht. Oh komm! Da fliegt es gerade weg. Es fliegt im Slalom an dem Ding vorbei. Jetzt landet es da hinten. Die langen Schüsse kann ich knicken bei dem Ding. So, komm. Endlich! War doch fast gar nicht schwer. Teil 2, der Inquisitor. Vestor von Ajax. Yes! So, kommen wir bei totalen Manufaktoren an, ja. Kann ich dir helfen. Okay, beenden sie den Orkangriff. Ja, deswegen sind wir hier auf dem Planeten gelandet, oder?